exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren seit sind zb 506 22 entscheidung vom dritten u7 2024 entscheidung des bgh zu zweit sie zb 506 22 ein grundsatz urteil für das umgangsrecht am dritten juli 224 hat der bundesgerichtshof bgh ein wegweisendes urteil zum umgangsrecht gefällt das unter dem aktenzeichen zzb 506 22 bekannt ist diese entscheidung könnte weitreichende konsequenzen für zukünftige verfahren im familienrecht haben im konkreten fall ging es um das umgangsrecht eines vaters dessen antrag auf regelung des umgangs mit seinem kind in erster instanz abgelehnt worden war der bgh stellte fest dass bei der betrachtung des umgangsrechts stets das wohl des kindes im vordergrund stehen müsse in dieser besonderen angelegenheit sei zu beachten dass der enge kontakt zu beiden elternteilen für die gesunde entwicklung des kindes unerlässlich ist die richter betonten dass das gericht nicht lediglich den wunsch eines elternteils überprüfen dürfe sondern die gesamte situation einschließlich der beziehungs dynamik zwischen den eltern und dem kind berücksichtigen müsse das gericht kritisierte im rahmen der urteilsbegründung dass in den vorherigen instanzen zu wenig auf die bedürfnisse und das wohlbefinden des kindes eingegangen worden sei der bgh führte aus dass es wichtig sei der ablehnenden haltung eines elternteils gegenüber einem umgangsrecht nicht vorbehaltlos glauben zu schenken da ängste oder negative erfahrungen nicht immer die realität widerspiegeln hier ist die übersetzung des textes auf deutsch deutschland vielmehr müsse das gericht aktiv die tatsächlichen gegebenheiten prüfen und gegebenenfalls sachverständige hinzuziehen besonders hervorzuheben ist dass der bgh in seiner entscheidung auf die forderung nach einer stärkeren motivation von elternteilen zu einer einvernehmlichen lösung hinwies die richter appellierten an die elterliche verantwortung und betoneten dass konflikte um das umgangsrecht nicht auf dem rücken des kindes ausgetragen werden sollten in diesem zusammenhang wurde die möglichkeit erörtert dass gerichte in zukunft im sinne der mediation empfehlungen aussprechen um eine einvernehmliche regelung zu fördern die entscheidung kann als signal angesehen werden dass der bgh die kindzentrierte auslegung des umgangsrechts verstärkt in der rechtsprechung wird immer deutlicher dass der fokus auf das kindeswohl gelegt werden muss auch wenn dies bedeutet dass man konflikte zwischen den eltern nicht ignorieren darf der bgh wies darauf hin dass es wichtig sei ein positives beziehungsumfeld zu schaffen durch das kinder die bestmögliche entwicklung und die unterstützung ihrer beiden elternteile erfahren können insgesamt zeigt dieses urteil dass der bundesgerichtshof eine aktivere rolle im umgangsrecht übernimmt und somit neue maßstäbe in der familienrechtsbrechung setzt die richter erhoffen sich durch diese entscheidung dass die gerichtliche praxis in umgangsrechtsfällen langfristig zum wohle der kinder verändert und verbessert wird die urteilsbegründung des bgh könnte weitreichende auswirkungen auf künftige gerichtsverhandlungen haben da sie eine klare linse auf das kindeswohl fokussiert dies könnte auch dazu beitragen dass in konfliktsituationen zwischen elternteilen eher harmonie statt konfrontation angestrebt wird beobachter der rechtsprechung erwarten dass mit dieser entscheidung nicht nur das deutsche familienrecht progressiv beeinflusst wird sondern auch ein gesellschaftliches umdenken hin zu einem kooperativeren erziehungsstil angestoßen wird autor anita farke mittwoch 4 september 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen